Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Am Mittwoch war es soweit. Mit der Vereidigung des Kabinetts steht die neue Staatsregierung unter Federführung von Freien Wählern und CSU. Auf den Tag genau einen Monat nach der Landtagswahl. Ich gratuliere unseren nunmehr vier Ministern sehr herzlich. Den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, ebenso wie seinem Staatssekretär Tobias Gotthard. Außerdem freue ich mich, dass wir Freien Wähler mit Anna Stolz erstmals eine Kultusministerin stellen. Mein herzlicher Glückwunsch geht auch an den alten und neuen Umweltminister Thorsten Glauber sowie an Digitalminister Dr. Fabian Mehring. Euch allen wünsche ich für die vor euch liegenden Aufgaben alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Heute ist aber auch ein Tag des Innenhaltens und der Trauer. Denn vor genau 85 Jahren brannten in ganz Deutschland die Synagogen. Damit begann die systematische Entrechtung und Verfolgung der Juden. Die sogenannte Reichsprogramm-Nacht war Auftakt zum größten Völkermord aller Zeiten. Daraus erwächst für uns eine ständige Verpflichtung. Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass sich Juden in Deutschland sicher fühlen. Das Existenzrecht Israel darf nicht angetastet werden und Israel hat das Recht, sich militärisch gegen den Terror der Hamas zu wehren. Es erfüllt mich deshalb mit großer Sorge, dass in Deutschland des Jahres 2023 Menschen öffentlich Israelfahnen verbrennen, Anschläge auf Synagogen verüben und Islamisten zu Hunderten auf die Straßen gehen, um die Vernichtung Israels zu fordern. Auch gegen dieses neue Unrecht werden wir uns wehren. Wir Freien Wähler setzen uns weiterhin in aller Schärfe gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus ein. Wir stellen uns unserer historischen Verantwortung und sind darin sehr klar. Das Wäret der Anfänger muss jetzt gelebt werden. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.